Mehr als von allem anderen auf der Welt war ich überzeugt. Wenn Roth einen Weg zurück zu mir finden könnte, dann wäre ihm das inzwischen gelungen. Was also nur bedeuten konnte, als ich einen brutalen Stich in der Brust spürte, schlug ich die Augen auf und stieß langsam den Atem aus, den ich angehalten hatte. Wegen der Tränen, die mir in die Augen gestiegen waren, war alles um mich herum leicht verschwommen. In diesem Moment kratzten die metallenen Stuhlbeine in einer der vorderen Reihen über den Fußboden. Als hätte ihm jemand ein Feuerzeug unter den Hintern gehalten, sprang ein Junge von seinem Platz auf. Ein schwaches, gelbliches Leuchten umgab ihn, seine Aura. Was war nur los? Wie erstarrt, hielt Mrs. Cleo ihre Hand über den Projektor und sah den Jungen an. Dean McDaniel, darf ich erfahren, was das … Dean wirbelte herum zu den zwei Jungs, die hinter ihm saßen. Beide lehnten sich auf ihren Stühlen nach hinten, hatten die Arme vor der Brust verschränkt und grinsten gleichermaßen spöttisch. Dean hatte die Lippen zu einem schmalen Strich zusammengepresst, sein Gesicht war rot angelaufen. Mir stand der Mund offen, als er sich mit einer Hand auf dem Tisch abstützte und die andere zur Faust geballt dem einen Jungen ins Gesicht rammte. Das fleischige Klatschgeräusch heilte im Klassenzimmer wieder, von allen Seiten folgte ungläubiges Keuchen. Dean! brüllte Mrs. Cleo, deren üppige Oberweite in Bewegung geriet, als sie zur Tür lief und das Licht einschaltete. Was ist denn hier? Der zweite Junge in der Reihe hinter Dean sprang auf und ballte die fleischigen Fäuste. Was hast du für ein Problem? Er ging um den Tisch herum und zog sein Kapuzenshirt aus. Willst du was? Kichern starkste Dean in den Mittelgang, Stuhlbeine scherten über den Boden, da Schüler sich hastig zurückzogen. Gern und ich komm's mir sogar abholen. Jungs, sofort aufhören! Mrs. Cleo schlug mit der flachen Hand auf die Sprechanlage, die sie direkt mit dem Sekretariat verbannt. Ein Pfeifton ertönte und sie sprach hektisch ins Mikrofon. Ich brauche sofort Wachleute in Raum 204! Dean ging auf seinen Widersacher los und stieß ihn zu Boden. Sicherheitsleute stürmten in das Klassenzimmer und gingen sofort auf die beiden los. Ein massiger Kerl legte die Arme um Dean und zog ihn von dem anderen Schüler weg, während Mrs. Cleo wie ein nervöser Kolibri hin- und herschwirrte und dabei mit beiden Händen ihre kitschige Perlenkette festhielt. Ein Wachmann mittleren Alters kniete sich neben den Jungen, den Dean niedergeschlagen hatte. Erst jetzt wurde mir bewusst, dass er sich seit dem Aufprall nicht mehr gerührt hatte. Mich beschlich ein ungutes Gefühl, das nichts damit zu tun hatte, dass Bambi sich in dem Moment wieder bewegte. Der Wachmann beugte sich tief über den Jungen und legte ein Ohr auf dessen Brust. Dann richtete er sich ruckartig wieder auf und griff nach dem Funksprechgerät auf seiner Schulter. Sein Gesicht war so weiß wie das Papier in meinem Notizbuch. Ich brauche sofort ein Sanitäter-Team. Ich habe hier einen Jungen, ungefähr 17 oder 18 Jahre alt. Sichtbare Prellung am Kopf. Keine Atmung. Oh mein Gott, wisperte ich und griff nach Stacys Arm. Stacey strich sich das schulterlange schwarze Haar hinters Ohr. Sie hatte weder das Stück Pizza auf ihrem Teller noch die Dose Limonade angerührt. Mir ging es nicht anders. Vermutlich dachte sie das Gleiche wie ich. Direktor Blunt und der Vertrauenslehrer, von dem ich noch nie richtig Notiz genommen hatte, waren sich einig gewesen und hatten der gesamten Klasse für den Rest des Tages freigegeben. Ich bin jetzt ganz offiziell traumatisiert, verkündete Stacey und atmete tief durch. Das ist mein voller Ernst. Es ist ja nicht so, als wäre der Typ tot, erwiderte Sam mit vollem Mund. Seine Nickelbrille war ihm bis auf die Nasenspitze gerutscht. Die braunen Locken hingen ihm bis tief in die Stirn. Seine gelblich-blaue Seele flackerte so, wie ich es schon den ganzen Morgen bei allen anderen beobachtet hatte. Ich habe gehört, dass er im Rettungswagen wiederbelebt wurde. Ein dumpfer Schmerz flammte hinter meinen Augen auf, gerade als ich nach meinem Wasser griff. Ich brauchte Koffein. Und dann musste ich unbedingt herausfinden, wieso aus allen Auren auf einmal hektische Blinklichter geworden waren. Wahrscheinlich sind diese beiden Idioten Dean auf die Nerven gegangen, meinte Sam, der innerhalb von Sekunden mein Stück Pizza vertilgt hatte. Leute rasten schon mal aus. Mein Handy klingelte kurz und lenkte meine Aufmerksamkeit auf sich. Ich bückte mich und holte es aus der Tasche. Als ich sah, dass ich eine SMS von Seine bekommen hatte, musste ich unwillkürlich lächeln, auch wenn der Schmerz hinter meinen Augen immer stärker wurde. Nikolai holt dich ab. Komm in den Trainingsraum, wenn du zu Hause bist. Ah, Training. Mein Magen begann immer zu kribbeln, wenn es ums Trainieren mit Seine ging. Während der Übungen mit Griff- und Ausweichtechniken war er jedes Mal irgendwann so verschwitzt, dass er sein T-Shirt auszog. Naja, auch wenn mir Roths Verlust schreckliche Schmerzen bereitete, konnte man sich schon darauf freuen, Seine ohne T-Shirt zu sehen. Außerdem, Seine hatte mir schon immer sehr viel bedeutet. Daran hatte sich nichts geändert und würde es vermutlich auch nie. Also. Sam dehnte das Wort, solange es ging, während ich Seine eine kurze Bestätigung schickte und dann das Handy zurück in meine Tasche steckte. Wusstet ihr eigentlich, dass, wenn eine Schlange mit zwei Köpfen zur Welt kommt, die beiden um das Futter kämpfen? Aus irgendeinem Grund entspannte ich mich ein wenig, als ich hörte, wie Stacy lachte und sagte, Dein Vorrat an nutzlosem Wissen ist so unerschöpflich, dass ich nur immer wieder staunen kann. Genau deshalb liebst du mich ja so. Stacy stutzte. Ihre Wangen begannen zu glühen. Sie sah mich an, als könnte ich ihr irgendwie dabei helfen, ihre Gefühle in den Griff zu kriegen, die sie vor kurzem für Sam entdeckt hatte. Ich atmete ein, presste mir die Hand auf die Stirn und kniff die Augen zu, um das rot glühende Stechen abzuwehren. Das Ganze dauerte nur einen Moment, dann war auch schon wieder alles vorbei. Leila, ist alles in Ordnung? fragte Sam. Ich nickte vorsichtig, ließ die Hand sinken und öffnete die Augen. Sam sah mich aufmerksam an, aber lächelnd neigte er den Kopf zur Seite. Du siehst etwas blass aus. Mir wurde schwindelig, je länger ich ihn ansah. Du, ich, was? Irritiert schaute er zu Stacy. Was habe ich gemacht? Sam war mit einem Mal nicht mehr von einem Lichtschein umgeben, da war keine Spur von dem üblichen Eierschalen blau und dem zarten Buttergelb. Erschrocken drehte ich mich zu Stacy um. Ihre blassgrüne Aura war ebenfalls nicht mehr vorhanden. Das hieß, weder Sam noch Stacy hatten eine Seele. Nein, sie hatten sehr wohl jeder eine Seele, das wusste ich. Oh Gott, flüsterte ich. Stacy hielt meinen Arm fest umklammert. Was ist denn los? Erneut sah ich sie an. Noch immer keine Aura. Bei Sam ebenfalls nicht. Nichts. Absolut nichts. Ich konnte keine einzige Seele sehen.